Ja jetzt, Junge, was denkt ihr immer an 46? Ja? Kennst du sie? Kennst du sie? Kennt ihr eure Menschenmächte? Jeder noch frei rum, mein? Ohne 20! Ja? Wo macht ihr ihr mit? Könnt ihr antworten oder deine Maske? Ja, Junge! Kannst du noch ruhig schlafen? Wir sollen euch alle schämen, alle hier und da steht! Jungs, werdet es? Passt mal auf, wo ihr mitrennt! Junge, Junge! Was habt ihr das Ding hier um? Was? Ihr sollt euch schämen, das kannst du alles schon mal! Aus eigenes Volk reinprügeln! Junge, Junge! Ein weiterfresser, wie euch seid ihr hier! Wie seid ihr, wenn es uns noch groß ist, noch gewogen, ne? Hört ihr, wenn es ein Virus alle 100 Jahre gibt, oder was? Wirklich alle 100 Jahre? Ne? Bloß hast du das Ding hier auch noch im Helm, ne? Zum Denken! Nicht um Befehle auszuführen! Dann tut es so ein alten Wir sind alle! I. Und wir können die Treffen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen-Sitzen! Menschenrechte-Polizei, für immer Menschenrechte, man ist so festgestellt, denn ihr macht ja mit. Was fällt dir? Konnie, draufhauen! Komm! Er spricht auch die Richtigen an, die Berliner Polizei. Das hat euch alles schwer im Grunde. Wir sind hier alle an den Zeigen getreten, Jungs. Sie sind hier in der Kamera, die sind hier in der Zeigen. Weißt du, Moment, nicht? Ich habe euch gerade, Hobi, Held nicht? Dann macht ihr alle mit! Du machst mit! Du machst mit! Du machst dich schuldig! Du machst dich schuldig! Du willst ja fangen, was die Impfung machen will! Oder ihr auch? He? Rein, das soll ich! Rein! Komm rein! Durch den Zeugplatz von unten. Leinhof, die Feindegrippe, Reibungsstoff für extra für Polizisten! Für Kampfer und Personal, für Politiker! Lechstreibungsstoff! Verstehst du? Und für den Bürger, das Angriff! Wenn dein Nachbouder steht, da guckt mit dein Nachbouder! Immer näher! Immer näher! Wir gucken wo der Kollege steht von ihnen! Ja, und der andere Täne stellt sich hier! Und der andere Täne stellt sich hier! Da für eine Mitte! Geil! Jetzt sollen wir alle zurückgehen. Kufferzone ist jetzt auch anscheinend nicht mehr. Jetzt bilden sich mehr. Jetzt wird wahrscheinlich gleich ein Zugriff geschehen auf den Herrn, weil der Herr vielleicht zu viel Wahrheit spricht. Das kann ja sein, dass der Herr einfach zu viel Wahrheit spricht. Und Wahrheit ist ja zur Zeit verboten in Deutschland. Ich muss sagen, krasse Worte von dem Herrn, Ehrenworte sind das. Und absolut auf den Punkt getroffen und richtig. Hier, sie steht schon da mit Brille. Hier wird diskutiert, weil die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Das ist der freundlichste. Aber Berliner Polizei halt, wie gesagt, Berliner Polizei ist die schädlichste Polizei, die es in diesem Lande gibt. Das ist einfach Fakt, gefolgt von der NRW-Polizei. Und ich hoffe, dass sie alle ihre gerechte Strafe eines Tages bekommen. Und ich meine damit nicht Gewalt, sondern dass sie vor ein absolut faires, ehrliches...